Diesem kurzen Video an Halloween zeige ich euch eine Auszahlung bei Broker Finmax, da ich diesbezüglich immer wieder Anfragen von Kunden und Tradern erhalte. Wie man sehen kann, kann man heute bei Finmax nur Kryptowährungen traden, ich selber trade aber keine Kryptowährung, nur Devisen. Wer meine Strategie für binäre Optionen erlernen möchte, kann sich noch bis Sonntag mein Halloween Angebot mit 30% Rabatt sichern. Aktuell sind noch 6 Plätze frei. Obendrauf packe ich noch einen Videokurs im Wert von 399 Euro gratis dazu. So, das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende, bis Montag, bye bye.